Herzlich Willkommen bei Blacktreegaming! Asmr oder was? Nein, ganz ehrlich. Herzlich Willkommen bei Blacktreegaming. Heute wieder am Start und ich muss das Auto starten, äh Motor starten. So, wir müssen sofort ins Büro. Wir haben nämlich geile Karren. Wir reparieren den anderen jetzt noch nichts und so. Wir lassen den so schrottig. Okay. Wir müssen sehr hoch arbeiten. Asmr und so. Wir haben einen Porsche gekauft in der letzten Folge. Schaut gerne die Folge nach. Wir haben einen Beetle gekauft. Wir haben einen Dodge Charger gekauft. Wir könnten eigentlich bald mal unser Ding vergrößern, oder? 250.000 kostet das. Echt? Ich hab gedacht 200.000. Ne. Okay, kann sein, dass es 200 kostet. So, dann reparieren wir unsere zwei geilen Karren. Also, ich glaub der, 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 der Porsche, der ist schon übelst krass. Das ist auch das Cover-Car. Ja, da müssen wir auch richtig dran klotzen bei ihm. Für wieviel haben wir den gekauft? Welchen? Den Porsche. 137 oder so? Ja, für 200. Was? Was für 200? Ja, 200 verkaufen wir den wieder. Ach so, jetzt gucken wir mal. Wir schauen jetzt mal genau. Letztes Mal machen wir ein bisschen mehr rein. Einfach mal ein bisschen pokern. Wenn wir so ein Auto mal einen Tag stehen haben und nachher mal einen Tag stehen haben, weißt du? Aber das war doch Blackjack, oder? Keiner wird's am Rande. Hey. Wenn du gesagt hast, pokern. Aber das war doch Blackjack. Oh, Gott. Nicht schlecht. Kann ich jetzt warten, oder? Ja, können wir warten. Den müssen wir noch reparieren, oder? Weißt du das gerade auswendig? Ich glaub ja, gell? Ja. Kannst ja gleich schauen. Waschen beschleunigen, das wär glaub ich auch noch ein geiles Ding dann, oder? Oder was machen wir denn da als nächstes? Also, das ist klar, das holen wir jetzt. Ja, Fahrzeuge nehmen weniger Schaden. Ja, umsonst. Du? Boah, Alter, was hat der drückt, oder? Entschuldigung, wer baut aber auch so blödes Häusling? Ich will nur ganz kurz anmerken, dass man merkt, dass ich ein... ...ein richtig cooler Autofahrer bin. Du? Ja. Mein Drift-Rekord ist 7,8. Entschuldigung, ich hab's ja nicht mal richtig probiert, also jetzt, gell? Ja, ich auch nicht wirklich. Mach mal da was? Nee. Fahr erst mal ein bisschen rum. Ist da eine Babyflasche da hinten drin? Ist das Müll? Oder Noss? Nein, das ist eine Babyflasche. Vielleicht hat der Entwickler ja ein Kind bekommen. Voll jetzt keine See-Stack. Oder ist einfach von... ...einer Fastfood-Kette... ...so ein Trinkgedöns. Alter! Ach so, Noss und ein Rennkind und zwar war schon geil, in dem. Ja. Ja. Scheiße, hat das eine Auktion? Ja. Ah, ich glaub, die läuft schon seit 50 Minuten. Hm, geil. Wo ist er schon wieder verkackt? Der hat Drift-Git. Der hat schon Drift-Git. Ich muss noch einen Baum halt. Oh, oh, oh. Also der hat aber auch echt einen interessanten Spoiler, muss ich sagen. Mhm, ja. Der sieht geil. Aber laufen tut da langsam, der Puppe. Hm. Ich glaube, der hat halt eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Aber... Ach so... Ach so... Ach so, ich hab gedacht, du meinst... Ich hab gedacht, du meinst den Spoiler! Boah, der ist aber kaputt hier. Alter, Alter, 500. Aber der geht richtig gut. Der geht wirklich gut, gell? Mhm. Geschäfte? Ja, so rein würde ich mir jetzt geschäfte. Aber jetzt halt noch nicht... Was bringen denn das größere Gebäude? Haben wir dann mehr Platz zum Auto verkaufen oder was? Mhm. Und ich hoffe, das Gebäude wird größer. Und cooler. Kann man Autos reinstellen? Boah. So ein Lamborghini Autohaus nachbauen. Äh... Das geht jetzt an Entwickler. Please make a car house. Wo man die Cars hineinstellen kann. Vielleicht gibt's das schon. Waren ja da noch nicht. Kennst du das ja nicht. Weiß ich nicht. Scheiße, hab ich schon wieder... Please do it. I, I, I wish that come an update. Thank you very much. Oh Gott. Was? Gefährliches Auto. Es geht nicht so langsam wie das... Kann man nicht rennen? Oh Gott. Da und 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 da. Da und da und da und da und da. Tipp an alle Leute, wenn ihr einen Volkswagen seht, so einen Budel, Käfer, kauft den, weil die reißen den euch aus den Händen. Das glaubt ihr gar nicht. Tipp so am Rande, ne? Tablette? Sie haben kein Foto. Und da ist immer noch unser Geschäftswagen im Hintergrund. Achso, halt. Haben wir jetzt nicht nur irgendwo einen rumstehen? Nee, nee. Ja. Äh, bitte. Äh, Wattel, 1970, 95.000 Kilometer. Komma, Oldtimer. 30. 35.000. 35.000. Probier mal. Okay. Porche. 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 Unser erster Porche. Porche. 35.000. 39.000. 39.000. 250.000. 800.000. Oh, 25.000. 800.000. Oh, 25.000. 35.000. Was? Ja, nicht? Mehr? Oder was? Ja, ich hatte ja 40 jetzt. Deutschland, 2017, äh, 78.990 Kilometer. Ja, Manuel. Guck mal, 40.000. Ja, 40.000 ist gut. Jetzt mach, Büro ist offen. Bin ja schon noch gar nicht ohne hier. Meine Güte. So geht's gut. Also die Auktion ist schon vorbei. Ja, gut, ist ja egal. Wenn wir jetzt mal, kann das mit dem hier, mit dem hier richtig Arsch machen? Oder mit dem auch natürlich auch? Okay, kalt. Ah ja, aber der hat auch echt Reifen, ne? Ja, natürlich. Unser Geschäftsautos, kann ich vielleicht auch drin parken. Guten Tag. Drive away in a new, in a great car. Hey, wo hast du jetzt new gelesen? Nirgends. Man merkt's. Toll, du warst dicht. Weißt du was? Ich bin mal mit einem Q7. Habe ich's geschafft, in die rote Bar reinzufahren. Gute Dank. So, drive in. Kann man ja auch mal machen. Sie wollen, Dodge? Ne. Doch. 40.000, guter Preis. What? Ah. 55.000. 55.000. 55.000. Also wenn du für 35.000 mitnimmst, dann hast du ihn. Sonst frage ich mal weiter. Ne. Ich frage mal, da kann ich jetzt erst die andere fragen. Ne. Die denn? Der. Ach der. Oh, das ist aber ein crazy. Oh Gott. Creepy. Was, 25.000? Achso, achso, der will den Porsche. Der hat ja der will den so. Halt den. Moment. Asche. Der ist geil. Gute Tag. Ich habe einen guten Tag. Ja, ja. Eben. Da kann ich jetzt aber wirklich 35.000. Erstmal, ne? Was, glaube ich. Hä? Da kann ich schon jetzt mehr nachholen, weil die hat, sind ja nur 6.000. Hm. Also nochmal 34.000. Also so gut läuft der Karin nicht, äh, hier bei Junior, gell? Ja, aber ich habe nur gesagt, dass er, ich habe nur gesagt, dass er, ich habe nur gesagt. Der passt perfekt in eurem Gesicht. Alter. Ich kann Paul gar nicht, was wir suchen. Oh. Oh, du noch. Hallo. Seine Haare sind auch irgendwie 35. 33. Die machen das nicht, weil 35, ja. Weil ich hatte eher mehr Kohle. Oh, 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 Volksgarnboden. Ich nehme mir noch mit, komm. 35, gell? Du nehmen sie ihn so, weil... Das ist sowas von Auto. Boah, Alter. Ja, komm. Ja, komm. 34, 5. 34, ne, was so? 34, 900. Das habe ich mal gemacht. Das hat einfach funktioniert, ne? Perfekt, doch. 324.000. Alter Faller. So macht man Kohle. So macht man Kohle. Lade dicht machen. Jetzt geben wir einen Versuch. 300, Alter. 300, 300, 400, 400. 300, 300. Und, äh, Dollar oder Euro, wenn Euro, wenn Euro, wenn Euro, wenn Euro. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was man da langsam mal macht. Bier kaufen. Können wir da mal langsam in die Liga, wo man so... Hey, guck mal, der genübelst gut 140. Die Frage ist, ob wir jetzt, äh, möchtest du ein, zwei echt teure Krachen holen? Ich habe gedacht, wir gehen dann saufen. Nee, wir gehen jetzt pennen. Ich will jetzt hier Geld machen, Geld machen, Geld machen, Geld machen. Und ich laufe jetzt immer. Make money. So richtig fette, teure Karre. Auktion. Heute ist Auktion. Auktion. Mit zwei. Ja. Äh. Äh. Eigentlich ist es geiler, gell? Wenn wir sind, wir sind immer viel schneller in der City. Insel City. Oh, links. Oh, da steht ein Toyota Super. 15. Schnäppchen. 10. Der hat schon viel Krimine, aber... Der geht auch, der macht so... Mach das so hin und raus. 11.000. Bam. Das ist gut. Also 12, ok. Aber nein, das ist nicht. Da muss ich Geld reinstecken. Okay, dann nicht. Dann nicht. Seh ich nicht rein. Da steht ein Toyota Super. Den kannst du auch mal anschauen. Das Auto fährt da mit. Klimaklebung. Oh, 129.000 Kilometer. 45. 10.000 Runde gehandelt. Ja, der war aber schon teuer, meine ich. Also... Jo. Das hab ich mal... Ich hab mein Auto auch so laufen lassen, dann ist es direkt in den Garten reingefahren. Bis nach ganz hinten. Nee, sowas brauchen wir nicht. Nee, nee, das ist alles billig. Was ist das? Hm. The buyer. Huh. Zwei LKWs. Hehehe. Oh, und das ist ein Dodge Charm. Und da hinten ein Lord Locus oder so. Das ist nicht kaputt. 15. Was? 15. 15. Ja, natürlich. Du hast halt mal Preisvorstellung. Das stört mich. Das stört mich aber auch. Okay, wir probieren es jetzt mal, aber... Okay, wir probieren es jetzt mal, aber... ungewöhn. Knabbelungen. Knappelungen. Ich will die Reifen, äh, siehst du schon. Die Bremse... Hahaha. Mhm. Gott, wie fährst du? Oh, Autobahn. Abkürzung! Hügel! Beide in der Werkstatt, gell? Hm. Knappe Zache. Ich glaub, der war gar nicht kaputt. Guck, der heißt Joni. Ja, super. Hab ich mir nicht. Rechts, das ist Michael. Also Michael, nicht Michael Ehe, sondern Michael. Michi. Huh. Knappe Zache. Ich war ein schwacher Typ. Nein, 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 nein. Muss halt schnell sein. Oh, wie lange brauchen wir noch für die Scheißpunkte? Ah, nicht mehr so viel. Da bin ich auch. Was? Markus, wir können uns ein Haus kaufen. Echt? Ja. Irgend in der Stadt drin. Im Dorf. Was? Echt jetzt? Ja. Aber das geht doch nicht. Oder müssen wir ein anderes Haus untersehen? Wir müssen ins Dorf rein und das Haus kaufen. Oh. Oh. Nein, mach das nicht. So ein Bremsstopperding. Weißt du, warum? Weil dann nur unsere Autos kaputt gehen wegen dir. Ja. Ach, passt. Wir sprechen uns dann später. Huh. Da war einer. Ja. Hallo. Scheiße. Jetzt wirds aber... Jetzt zeigen wir einen engen Verkaufen. Jo, wir haben 260.000. Wenn du so einen Spessel machst, dann ist es kein Wunderbar, um so lange es geht. Warm macht er. Ich bin jetzt hocken. Tablette und... Das war das falsche. Wie viel? Komm, sag an, schnell. 65. Und der andere? Ach so. Du musst langsam mal loslaufen. Oder fahren halt. Wir haben ja unser Geschäftsauto. Wir haben ja kein Bild, hast du gesagt? Ach so, stimmt. 35. Komm rein, komm, hör mal 20, dann musst du wieder weg jetzt. Okay, führ zu. Fahr mit dem Auto rüber. Ach man, ich hab gedacht. In 3 Minuten, 2, 1, jetzt haben wir 2. Ich hab nicht so scheiße geparkt. Ja, ich wollte halt hier zur Werkstatt. Wie du bist, du eingeschickt bist. Wie das erste Auto ist. So war jetzt auch kein Mensch. Ich hab noch mal Glück gehabt. Nee. Scheiße, wenn das Motor ist, noch mal flaschen. Nee. Jo, komm. Los. Ja, komm. Fahr an. Uhhh. Audi S5. Kein Schaden. Uhhh. Boah, guck das. Sag mal, was ist da los? Also da machen wir auf jeden Fall mit. Kaum Kilometer. Nicht kaputt. Kein Lackschark. Nur spitzig. Rrr. Pling. Rrrr. Meinen Sie eine Porsche kommt? Also ich habe noch nie so einen Lambo oder so einen Lurari bei der Auktion gesehen. Nur einen Porsche bisher. Das war das teuerste. Oder der Fiat Abarth. Der wo mit 150 was reinkommt. Meine Güte, wir haben gesagt, nee. Der ist billig. Der ist nagelneu. Oh, was ist das? Ein Bugregger. Bugregger. Ja. Ja, das sieht interessant aus. 12% kaputt. Ein Oldtimer. Alter, aber der Preis geht in die Höhe. Ja, macht da nichts. Gucken wir mal. Bei 65 würde ich noch mitmachen. Unter 65. Entschuldigung? Entschuldigung? Weiter. Weiter was? Weiter mitgehen. Also sagt mitgehen und nicht weiter, weil weiter kann das weiterlaufen oder so. Oh, 70. Alter, wir haben 218.000 auf dem Konto. Ja. Das ist egal. Wenn wir teuer einkaufen, dann haben wir bald nicht mehr die Kohle auf dem Konto. Wollen wir da nicht losgehen. 72. Das bringt EP-Punkte wie Sau. Ja, ein Auto kaufen bringt EP-Punkte wie Sau. Wir haben ein Skillpoint. Oder ist es immer noch von einem anderen? Weiß ich nicht. Äh, Abschleppletz. Schleppletz. Und da geht in die Werkstatt. Ja. Sollen wir uns das waschen oder nicht? Scheiß drauf, oder? Mhm. Oder? Mhm. Ja, fahr mal ein kurzes Stück mit dem. Was? Ja, der macht hier Sound. Doch warte. Mal guck. Bam, komm gut. Aber sauerhässlige Felge da drauf ist. Ah, da ist alles end dran. Alles end. Oh, der macht Puu. Alter, der sieht auch ein bisschen wiesgelaunt aus. Wer? Der Krote auch. Oh, 146.000 Glas, das ist ja mal was. Ja. Wie schnell? Ja, schau mal. Kannst du ihn ja mal fragen? Ja. Muss man mal draufhauen jetzt. Ja, 23.000 Glas, der ist auch neu. Ja, 23.000 Glas, der ist richtig neu. Ja, eben. Ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Ah, viel. Nein, jetzt probieren wir es mal. Hauptsache der hat los. Also der hat aber auch so eine Kuhl hier. Wiederum. Wieso hast du Warnblinker an? Ich hab gar nicht angemacht. Keine Ahnung wie das geht, Mensch. Ah, hau. Da machen wir es was rein. Dark Breaker, Oldtimer, 1978, äh, 5.118 Kilometer. Etes. Wie. 100.000 Glas. Oder? Okay. Wo gehen wir hin? Klar. Können wir nicht das Haus da drüben kaufen? Einen? Sollen wir uns noch das Haus kaufen? Ja, das mach mal. Ne, ich will jetzt erst noch ein fettes Minami noch so mal. Das Haus kostet nur 60.000, glaube ich. Borsche, oder? Was, was kostet das? Ich glaube nur 60.000. Achso. Das ist schon mal das Büro schon zu tragen. Ja. Geh mal schlafen. Und damit beenden wir auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass ein Abo, ein Like da. Und schaut vorbei, wenn mir das nächste Mal bleibt. Bis dann. Tschüss. Ciao.